Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 25 auf. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag – Drucksache 19.6255 und 19.6048 – Berichterstatterin Frau Abg. Wolf, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das dauert extrem lang. Der Hauptausschuss hat am 11.04.2018 folgende Beschlussempfehlung abgegeben. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank für den Bericht. – Aussprache ist keine gewünscht. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen. Wer ihm zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind CDU, GRÜNE und FDP, DIE LINKE und SPD. – Ist jemand dagegen? – Die Stimmenthaltung ist damit einstimmig verschlossen. Damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetzentwurf erhoben. – Vielen Dank.